Ich würde mit denen noch gerne ein bisschen über das Thema Blogen sprechen, ganz generell. Du machst das so sehr lang. Jetzt hat sich doch einiges verändert in den letzten Jahren. Was mir persönlich aufgefallen ist, als wir Bade angefangen haben, du warst ein Stück früher dran, aber zu der Zeit, dass wir noch, ich weiß nicht, unser Blog schon eine Weile betrieben haben, gab es noch kein Facebook oder kein Social Media, das so groß war in der Art und Weise. Keine Social Plugins und Like-Dinger und so, die man eingebaut hat. Mir ist jetzt aufgefallen, einerseits zu mir selber, es gibt natürlich sehr viel weniger Kommentare, was auch damit zu tun hat, dass ein großer Teil der Kommunikation auf Facebook stattfindet. Zum einen benutze ich die sozialen Medien und das Blog auch anders als die allermeisten anderen Leuten. Es ist ja nicht vorgeschrieben, wie man das zu machen hat. Im Gegenteil, ich finde das mal albernd, wenn man Blogregeln erlebt hat. Ich benutze zum Beispiel Twitter null dialogisch. Gar nicht. Mein letzter Reply oder irgendwann ist, glaube ich, fünf Jahre her oder drei Jahre, ich weiß es gar nicht, ich benutze das fast wie eine Art Mikropresse-Mitteilung. Ja, ich verbreite viele Links und ich verbreite ab und zu so Bonbons, irgendwas, so eine Punchline. Die verbreite ich hauptsächlich deswegen übrigens, weil die weiter transportiert wird. Die wird nicht nur retweetet, sondern die kommt inzwischen auch häufig als Statement in der Presse vor. Das bedeutet, ich verdichte politische Zusammenhänge in einem Tweet so, dass es dann ein Zitat auf spiegel.de oder zeit.de oder sonst was gibt. Dort kriegen es die Journalisten auch mit. Dort kriegen es dann noch viele Leute mit. Das ist quasi so eine Mechanik. So verwende ich mehr oder weniger Twitter. Mein Blog verwende ich eigentlich nur als Basis für spezielle auf die Netzlandschaft oder auf mich persönlich zugeschnittenen Shouts. Mir fällt kein besseres Wort auf Deutsch ein, aber so Ausrufe, so was rausbrüllen oder mal richtig raushauen. Das passiert bei mir sehr selten. Ich blogge seltener als 99,9 % der anderen Leute. Ich habe glaube ich im Jahr 2012 sechs oder sieben Blogartikel nur geschrieben und jetzt ist mein letzter auch schon wieder Monate her. Dafür habe ich ja jede Woche auf Spiegel Online einen Artikel zum Internet und so. Aber ich glaube, dass die sozialen Medien, um auf deine Ausgangssituation zurückzukommen, natürlich von den Blogs viel abgezogen haben, dass natürlich auch Kommentare, ist man bei Facebook schon eingeloggt, dann kann man schnell mal so, dass man da aber gegensteuern kann. Und das tue ich auch und das tue ich selbst. Ich tue es so, dass meine Artikel meistens dazu reizen, sofort was drunter zu schreiben, wo es die Leute mit kriegen, die den Artikel selbst lesen. Man möchte also Teil einer Diskussion sein, die aus dem Artikel entsteht und nicht Teil einer Diskussion, die auf Facebook irgendwie ist. Und das mache ich relativ absichtlich. Und das führt bei mir dazu, ich habe auch jetzt irgendwie immer so zwischen, also so 200, 300 Kommentare kommen bei mir auch schon bei den Artikeln zustande. Und bei Facebook ist es meistens ein bisschen weniger, nicht immer, aber schon. Insofern, ja, die sozialen Medien haben einen Teil des Blogs weggenommen, aber man kann so ein bisschen versuchen, das zu lenken und zu steuern. Was ja auch mit dem, gut zu dem Thema, was Reclaiming the Social, dein Vortrag auf der Republika heuer, wo es ja auch stark darum geht, quasi die Erwähnungen oder Diskussionen zu einer zentralen Stelle zurückzuholen. Und ich habe es ja da an Prototypen entwickelt. Finde ich sehr gut. Wie geht es damit weiter? Da wird es zeitnah ein Plugin für WordPress geben, wo dann auf dem eigenen Blog .at slash reclaim einfach alle Sachen, die man in den sozialen Medien hinterlässt, selbst noch mal gespiegelt und gespeichert sind. Das bedeutet, man hat durchsuchbar auf dem eigenen Blog eine Basis des gesamten Social Media Oeuvres. Und das ist so ein bisschen die Richtung gewesen. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt schon recht lange mit dabei bin bei den sozialen Medien und immer wieder erlebt habe, wie Plattformen eingestellt wurden, wie Daten verloren gegangen sind, wie das nicht mehr zugänglich war. Und man eigentlich das, was man gerne noch mal nachgeguckt hätte, da habe ich schon mal was drüber geschrieben, wo ist das jetzt, dass man das nie wieder irgendwo kriegen konnte. Und natürlich ein bisschen die eigene Kontrolle zurück zu gewinnen. Eben, und es ist ja das, es gibt ja solche Social Wall Plugins, die ganz gut funktionieren, wenn es um die reine Darstellung geht. Aber der Punkt bei reclaim ist ja, dass die Sachen auch selber gekostet werden, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Richtig. Dass man die nicht nur anzeigt, sondern... Genau. Wo siehst du die Zukunft des Formats Blogs generell hingehen? Also das Blog an sich splittet sich, glaube ich, noch viel weiter auf, als wir das heute kennen. Oder das deutet sich in vielen Bereichen schon an. Zum einen glaube ich, dass Blogs kleinteiliger werden in dem Sinne, dass sie viel mehr unterschiedliche Funktionen abbilden können und werden. Ich glaube, dass ein Teil von dem, was heute über soziale Netzwerke passiert, zurückkehrt in Blogs. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich so jetzt ein Blog-Fundamentalist wäre, sondern weil es einen bestimmten Punkt gibt, an dem ausreichend viele Leute ein Bedürfnis nach einer digitalen Heimat haben, also einer Seite, die sie selbst weitestgehend kontrollieren. Das ist zwischendurch ins Stocken geraten. Aber ich erlebe das an vielen Ecken und Enden, dass Leute, die mit Social Media angefangen haben, irgendwann gespürt haben, aber das ist nicht mehr das, was ich so benutzen kann, wie ich möchte. Und ich glaube, dass da eine Menge passieren wird. Es hängt aber natürlich auch ganz besonders daran, wie die Technologie, die bereitgestellt wird, dann sich so gestaltet. Ich will sagen, ist das einfach genug? Ist das so gut zu benutzen und so sinnvoll von der Usability her, dass ich auch als Nicht-Techniker damit umgehen kann? Ich habe da ja so eine spezielle Theorie dazu, weil du gesagt hast, wenn die Leute dann draufkommen, dass es nicht offen genug ist. Für mich gibt es da immer so eine Wellenbewegung. Ganz blöd erklärt. Ganz am Anfang in Amerika, als es das EOL gab, die hatten ja den eigenen Browser und das eigene Portal und viele EOL-User haben irgendwann erst bemerkt, da gibt es ein World Wide Web außerhalb da draußen irgendwo. Dann ist das Web populär geworden, waren es verkürzt wiedergegeben und dann ist irgendwann MySpace gekommen, das Social-Media-Ding eingeleitet. Und MySpace ist ja unbenutzbar geworden, dadurch, dass jeder die Profilseiten mit CSS gestalten konnte, wie er wollte. Und irgendwann ist es sehr schwer zu tun. Also sagen wir mal, es gab ja schon vor MySpace, zum Beispiel Friends da und sowas. Aber natürlich ist es eine Wellenbewegung und natürlich kommt mal der nach oben und mal der nach oben. Ich glaube bloß, dass es bestimmte Konstanten auf eine absehbare Zeit geben wird. Das ist sicher. Was ich mit Wellenbewegung gemeint habe, ist immer so ein Wechsel von rigideren, wenig flexiblen, aber einfach benutzbaren Systemen. Da haben wir dahin schon recht offenen Geschichten. Was ich mir an Facebook gedacht habe, es ist ja noch nicht so lange her, dass es die Timeline gibt. Früher war das ja nicht chronologisch, es war chronologisch sortiert, aber halt nicht so recherchierbar. Es war bis vor zwei oder drei Jahren fast unmöglich, mal zu gucken, was hat eigentlich, was habe ich eigentlich am 13.07.2008 so gesagt oder gemacht. War fast unmöglich. Inzwischen kann man da hingehen und wenn das Profil offen ist, sodass es sich um einen Freund handelt, kann man sogar wirklich alles ansehen, was da rausgestellt wurde. Und das geht aber dann sehr stark vom Format her. Chronologisch sortierte Beiträge, die kommentierbar sind. Das geht vom Format her eigentlich sehr stark in Richtung Blog. Auch wenn es Leute anders benutzen, kaum jemand längere Texte schreibt hat und so weiter. Aber insofern, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, dass sich das auch wieder eher gegenseitig befruchten können, dass viele Leute dadurch merken, was man damit machen kann. Aber irgendwann an einen Punkt stoßen, wo sie merken, ich kann halt das und das eben nicht tun, was ich da will. Das ist richtig. Aber ich fürchte, wenn man nur darauf setzt, dass ausreichend viele Leute irgendwann mal so souverän sein wollen im Internet und dann... Ja gut, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich glaube, da muss man irgendwie die große Masse auch versuchen, da hinzubekommen, dass ihr Interesse da überhaupt erst mal liegt. Und das wiederum ist eine Frage der digitalen Gesellschaft. Es ist einfach so, und das merke ich jetzt gerade bei dem Prison-Skandal bei einem NSA-Skandal, dass ich überschätzt habe, das gebe ich ganz offen zu, ich habe überschätzt, wie wenig die digitale Gesellschaft in den Köpfen ist. Man kann heute davon sprechen, dass bei fast allen Leuten die digitale Gesellschaft schon in der Hand ist, weil sie ihr Smartphone mit sich rumtragen. Im Kopf ist sie bei nur wenigen angekommen. Und das zeigt mir unter anderem, dass sowohl in Österreich wie auch in Deutschland dieser Späh-Skandal nicht für die Aufregung gesorgt hat, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ich glaube aber, dass natürlich solche Phänomene, dass in die Medien hinein Fachwissen kommt, mit dazu beitragen, dass das jetzt einen höheren Stellenwert hat. Und es gibt einen zentralen Unterschied. 2006 gab es die sozialen Medien in dieser Form noch nicht. Und damit waren die privaten Daten von unfassbar vielen Menschen, von Milliarden Menschen weltweit, noch nicht so einfach digital verfügbar in vielen Bereichen. Das kommt noch dazu. Was ebenfalls dazu kommt, ist, dass es jetzt über Edward Snowden einfach bekannt geworden ist, aber dann auch von einer Vielzahl von Journalisten recherchiert worden ist. Das heißt, wir haben eine ganz andere Faktenausgangslage der Bestätigung. Man hat es vorher geahnt, man hat es in Details an manchen Stellen gewusst. Das große Bild bestätigt von vielen hundert profi-investigativen Journalisten. Das gibt es so eigentlich erst seit Snowden. Und das ist für mich der zentrale Unterschied.